Wir haben einen regnerischen Montag und eine regnerische Nacht hinter uns. Die Flüsse sind angeschwollen und sie schwellen weiter. Und noch gibt es keine Entwarnung, zumindest bis zur Mittagszeit am Nachmittag. Da wird der Regen nachlassen. Schauen wir uns mal die Regenschleppe an, die von Schleswig-Holstein über die Mitte, die westliche Mitte, bis in den Süden geht. Und hier wird immer wieder der intensive Regen herangeführt, wird sich aber im Laufe des Tages abschwächen und vom Schwerpunkt her langsam nach Osten ziehen. Das heißt, der Nachschub an Regen wird sich allmählich abschwächen und auch die starke Schneeschmelze unterhalb von 2000 Meter Höhe lässt allmählich nach. Am Vormittag im Osten Sonnenschein, im Westen und vor allen Dingen im Süden eben der intensive Regen. An den Küsten haben wir noch Nebel. Später lockert der Nebel auf. Es bilden sich hier Schauer und Gewitter, die am Nachmittag ein bisschen kräftiger und zahlreicher werden. Es besteht lokal Unwettergefahr. Im Südosten der intensive Regen. Im Westen ist das eher eine kühle und unangenehme Angelegenheit mit vielen Wolken und Temperaturen von 13 bis 16 Grad. Im Regen bleibt es noch kälter und mit Sonnenschein im Osten wird es wärmer mit über 20 Grad. Da kann man sich denken, was ist denn los? Es ist doch angenehm draußen mit Sonnenschein und Wolken bei knapp 25 Grad. Außerdem ist hier der Wind sehr, sehr schwach. Und hier werden dann eben die Schauer und Gewitter örtlich entstehen. Auf jeden Fall ist das hier ein recht sommerliches Flair. Im Westen und Süden haben wir diesen unangenehmen Wind aus nordwestlichen bis westlichen Richtungen, gerade in den Regengebieten. Der Regen kommt waagerecht daher, peitscht Aquaplaning-Gefahr auf den Straßen, schlechte Sicht durch Gischt und gefühlt herbstliche Temperaturen oder winterlich, wie man es sehen will. 7 bis 9 Grad maximal vom empfundenen Flair her. Im Nordosten hingegen, da ist es sonnig und warm. Am Abend regnet es in der Mitte noch weiter. Der Regen schwächt sich aber ab. Und in den Gebieten, wo wir die Sonne hatten, wird es dann morgen trüb sein mit Regen, nur nicht so intensiv wie im Süden. Und in den übrigen Gebieten kommt endlich wieder die Sonne zum Zuge. Und wo es kalt war, wird es dann wärmer. Und dort, wo es warm war, wird es kälter.